Ihr habt bestimmt schon alle die tolle Sendung im SRR gesehen über die Entstehung meines Buchs über die Unterwasserwelt der Vulkaneifel. Dieses Thema gab es bisher eigentlich noch nie und jetzt sind meine Exemplare auch angekommen. Ein ganz besonderer Augenblick für mich, den möchte ich gerne mit euch teilen. Boah, da ist es. Es sieht toll aus und es fühlt sich auch richtig gut an. Und mit seinem Inhalt, mit vielen, vielen Unterwasseraufnahmen aus der Eifel, ist es jetzt überall in den Buchhandlungen erhältlich. Ich wünsche euch viel Spaß damit.